herzlich willkommen auf lh cybersecurity und schön dass du da bist heute schauen wir uns modul 8 an kommunikationsmodelle und die werden in zwei kategorien unterteilt verbindungsorientierte protokolle und verbindungslose protokolle ein verbindungsorientiertes protokoll ist zum beispiel tcp das transmission control protokoll und dieses protokoll baut eben eine verbindung auf tauscht dann die daten aus und baut die verbindung ab somit ist sichergestellt dass die daten wirklich übertragen werden und wenn sie eben nicht übertragen werden dann gibt es einen fehler zurück an die partei dies gesendet hat beim verbindungslosen protokoll ist das aber nicht so der fall hier spricht man von udp user datagram protokoll und dieses protokoll sendet einfach nur daten oder der sender sendet daten und ist es ihm eigentlich egal ob der empfänger das jetzt erhält oder nicht also es gibt keine bestätigung kein acknowledge bit sozusagen man muss einfach darauf hoffen dass die sendung angekommen ist dann kommen wir jetzt zu dem botschaftsversand da gibt drei kategorien broadcast multicast und unicast bei broadcast wird eben an alle geräte geschickt im netzwerk mit zu steuergerät 1 2 3 und so weiter an alle eben bei multicast wird an mehrere geräte geschickt zum beispiel an zwei stück kann auch drei sein und bei unicast wird eben nur an ein gerät geschickt ja das war's zum kommunikations modell ich hoffe ihr konntet wieder was lernen und ansonsten sehen wir uns im modul nummer 9 bis zum beispiel